was guckt ihr mein teammate an mein teammate war genau hinten dran so hallo und willkommen zum zweiten teil black ops ghost black ops ghost habe ich das gerade wirklich gesagt black ops ghost ist ja dufte call of duty ghost mit mir und eurem kriegerbob so ich habe gesagt absolut bestätigt ist ja dufte ja super die geilste map super map muss ich sagen meine unterhose klemmt um ich glaube ich spiele jetzt hier mit der wer ist remington die ist nicht schlecht finde ich cool aber jetzt mal gucken wie weit das spiel schon fortgeschritten ist wahrscheinlich schon ja natürlich sind wir hinten jetzt muss ich das ding wieder carry hier das kann ja nicht wahr sein ich mit meinen skills ja wo wo sind die da hinten oder da hinten irgendwo feindliche satcom so wo sind die enemies hat er mich gesehen ich schätze schon oder so truppen mit klar woher weiß er das woher wussten der das ja nee 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 ich war nicht drauf nee 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 ich nicht nee also man das macht so keinen spaß weißt du bei ghost sterbste sowieso so ein bisschen früher also zwei drei hitmarker früher hier oben oder und und dann mit meiner leitung da ich den hitmarker einmal zu spät bekomme also einen schuss später bekommen oh da hat mich jemand auf mich geschossen oh nein lol ähm da ich den hitmarker sowieso ein oh später willkommen ist die leitung natürlich äh katsch ist es ein bisschen suboptimal für mich gelaufen abschluss bestätigt jawohl bei mir läuft oh so ich renne hier zwar irgendwie dauernd im kreis ne aber hm so was machen wir laufen wir nach da oder laufen wir nach da ich laufe mal hier rum die sind doch in der burg die sind doch in der burg oder ich weiß oh ja man braucht auch mal schlechte Gegner so der ist hier wetten oh der ist hinter mir einer wetten wir ach ich laufe einfach durch ich höre gerade irgendwie so mainstream pop kuschelmusik hä männlich oh da hinten ist ein sniper den hole ich mir jetzt ja ist fair ich denke ich war nur zwei hitmarker vorne dran ja also leute das kann guck mal ich habe doch viel mehr getroffen als er hier gerade in der killcam angezeigt hat das kann doch nicht wahr sein mein lieber ja natürlich ne c4 explodiert immer von selbst klar kein thema braucht keinen schalter oder so ne 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 hey ganz ehrlich ich lade mw2 wieder hoch ist mir gerade egal wie viel da gehackt wird das macht auf jeden fall mehr spaß als ghosts das kann doch nicht wahr sein ich werde mir sogar im single player habe ich irgendwie total nachteile bekomme ich auch erst mal drei hitmarker weniger eh mir ist vorhin was ganz oh nein ähm mir ist was ganz peinlich passiert ich war auf dem weg zur schule und plötzlich ich musste halt rennen weil der bus der mich zur schule äh zu zum zubringen sollte der hatte verspätung ein bisschen und da musste ich halt ein bisschen sprinten oh da ist jetzt ein sniper ähm und ich musste sprinten und dann wurde mir richtig schlecht dann habe ich Kreislaufprobleme ein bisschen bekommen weil ich bin relativ groß und nichts gegessen das ist immer so ein bisschen doof ne oh hallo und ja bin ich dann weil mir so mulmig war bin ich dann ausgestiegen hier ist doch einer nein bin ich dann aus bin ich dann ausgestiegen nach zwei stationen weil ich äh schon gemerkt habe oh 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 da könnte sich jetzt was aufstauen oh sniper geil ich liebe sniper ja ja du hast skill so ähm und ja eine minute später hab ich alles rausgekost was raus musste ist einfach so gewesen so langsam komm ich in den spiel oh nein ja ich bin tot oh nein oh was ne nicht dein ernst die haben oracle ne ja und dann hab ich halt irgendwie auf ne treppe gekotzt auf ne kellertreppe ja egal war ja nur so ne bekannte noch nebendran hat einfach nur schön hat lächelnd hallo gesagt fand ich sehr nett ja und dann hab ich meine meine pflegende also meine mutter meine stadtangehörig oh meine mutter halt ja angerufen dass sie mich abholt weil kotzen möchte ich nicht unbedingt im zug das ist nicht so geil das ist mir immer noch ein bisschen mulmig aber lass gucken jetzt also ich hab es ordentlich gegessen leckeres nutella brütsche war ganz cool ja aber jetzt mal gucken oh hier ist doch einer ja 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 mein aim ist wieder vom feinsten nein 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 tötet mich nicht tötet mich nicht tötet mich nicht er tötet mich ja aber mein teammate alter da blockiert mich aber auch wie so ein wie ein osterhase hier ja osterhase war absicht warum gibt es eigentlich bei abschluss bestätigen zeitlimit das ist doch oh oh da ist ein sniper aber jetzt hole ich bitte erstmal das ist typisch ich bekomme assist ein oh assist und ich werde vom sniper geholt es ist immer das gleiche so wir haben verloren 9 zu 8 lief auf jeden fall wir haben uns jetzt irgendwie so rund 6 minuten gelangweilt super ja so kann ein zweiter teil immer anfangen kein thema jetzt gucken wir mal immer noch so so schmuddel ähm schmuddelmusik also keine keine schmutzige musik aber so ja wie soll ich das erklären so pussy musik halt jetzt schauen wir halt mal wie das so wird was für eine upsala map ne so ähm oh god was soll ich denn spielen ich hab keine ahnung herrschaft ist lang komm wir spielen ah ne da krieg ich auf den sack also kommt ne runde team deathmatch und dann machen wir schluss ich geh nachher noch einkaufen und hab noch fußballtraining mal gucken aber ob ich überhaupt ins fußballtraining kann ist schon ein bisschen mulmig muss ich sagen ja ist gut hier stumm aus alles stumm ein mann ich hier so das mikrofon noch ein bisschen richtig rücken dann gucken wir mal warhawk ist eigentlich so eine map die erinnert mich irgendwie so ne modernwaffe ne quatsch ne modernwaffe drei map finde ich so ein bisschen so von dem aufbau drei tunnel system ähm allgemein von den häusern her finde ich irgendwie so ein bisschen mw3 mäßig die anderen maps sind mir irgendwie so zu sehr black ops 2 mit einer mischung auch von cod 6 also modernwaffe 2 ja finde ich nicht so geil ne muss nicht so sein ähm auch ein bisschen aggroß ne ja gut äh erstmal alle rausquitten ist ja kein thema und jetzt schon wieder sorain ne ist ja auch geil soberrain alles klar team deathmatch ist ja ok naja gut camzone äh camzone camzone ist auch geiler ozone hatte ich gerade irgendwie im kopf ja aber camstrike ist ja kein thema also FAD ne oh ich weiß nicht ob das so gut ich hab kein schnellziehen hier drin das ist vielleicht ein bisschen suboptimal oh wir führen aber schon mal aber wir führen ja schon mit 31 punkten das ist ja so wo sind die enemies oh hier ha thank you radar thank you very much oh ja äh hätte ich auch treffen können das war eine scheiße ich bin echt mein aim ist echt äh vom feinsten hm oh da ist doch was hier ja guck mal he he äh äh ich trau mich nicht aber ich mach's trotzdem he he Adrenalin junkie oh es ist immer das gleiche immer das gleiche ja natürlich krieg ich sie nicht oh oh die kommen jetzt von links ich hab's grad gesagt hauptsache erwartet noch ja ich freu mich eigentlich über jeden Gegner also den ich töten kann was ist hier los aha oh da ist einer drin oh hoppala jetzt hab ich ein bisschen Schiss ist der hinter mir hä was ist denn der oh da ist er du wisst da das macht doch keinen Spaß wer will so spielen es ist doch nicht zu fassen ich reiß einfach oh ich reiß einfach nichts in Black äh ich wollte schon wieder Black Ops Ghost sagen vielleicht weiß die zwei schlechtesten Spiele sind wer weiß ne dann würde es ja Black Ops 2 ne Black Ops Ghost 2 heißen ne ok lassen wir das Thema mal oh es ist immer das gleiche vor mir die komplette Kolonne und dann sterbe ich von hinten weil einer sich durchgeschmuggelt hat hoppala ah ja was ist nu da oben ja ey ich will mal ein komplettes Spiel spielen ja zack ich verschwinde du nur in der Wand oh Alter es läuft also es ist nicht mein Spiel ey es ist nicht mein Spiel das kann doch nicht wahr sein was haben wir hier für den Maps aha die können wir noch mal nehmen die ist nicht so groß die FAD ah wir können Schalldämpfer holen das ist gar nicht mal so gar nicht mal so suboptimal jetzt holen wir uns noch einen Rotpunkt ja das gucken wir einfach mal vielleicht funktioniert es ja mit Schalldämpfern ein bisschen besser ach hier haben wir ein Specialist-Ding drin was man gar nicht brauche ach jetzt bin ich so äh oder nee warte mal hier das hier nee das brauchen wir echt nicht soll man so ein random Ding nehmen ich weiß nicht mit einem zufälligen extra nachher ist das irgendwie so ein Kackding hm nee das brauchen wir nicht was ist das nee jetzt hab ich echt verpeilt das letzte Perk rein zu machen ahhh der Krieger Bob hat's drauf naja gut alter ich finde die Maps alle richtig scheiße muss ich sagen nicht mal Strikes schon finde ich geil so so FHD mal gucken die sieht aber echt scheiße aus in MW3-Fan die sehen ihn ein bisschen besser und er hat es einfach voll eingeschränkt was kann ich denn da machen dagegen kann ich hier so ein bisschen größer jetzt versuchen wir es einfach mal ja immer so ein bisschen rumtaktieren sieht doch schon besser aus oder nee die Map sieht irgendwie jetzt total ja weil das auch viel zu weit außen ist jetzt gucken wir einfach mal vielleicht klappt es ja so besser wenn das echte Grund wäre dann würde ich mir voll ins Knie beißen scheiße ich mir ja selber ins Essen ich weiß nicht sieht ein bisschen besser aus oder oder täusche ich mich jetzt da total ich weiß es nicht oh oh nein ja ich laufe aber auch gleich rein ich weiß nicht ich 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 weiß nicht wie ich das hier machen soll wie ich das anstellen soll ja du bist tot danke Bruder ja weißt du ich hab 10.000 Hitmarker ich krieg nicht mal einen oh hinter mir habt ihr aber guck mal wie wenig wie wenig der geschluckt hat ich brauch halt echt ewig ja mal auf sicher gehen ja jede Ecke überprüfen ja komm das ist halt ein bisschen defensiver jetzt gucken wir einfach mal oh mh da war doch noch irgendwo einer ich bin mir doch ziemlich sicher dass da noch einer war war da nicht noch einer das hier überhaupt mit Specialist Spiel finde ich irgendwie schon gewagt oh hä da ist doch hier einer sag mal ich spinne doch nicht ich bin schon paranoid hier von dem Spiel hm oh da war doch noch einer wo ist er hin hinter mir nein hier oben ich weiß es nicht es gibt so oh hier jetzt aber hinter mir oder ich weiß es nicht man ich hab Angst oh ich hab nur noch 19 Schuss hab ich schon so viel geschossen ehrlich hm hinter mir nein doch nein ich weiß es nicht ich wiederhole mich andauernd hier ist gar nichts auf achso muss man aufspringen ne möchte ich jetzt nicht oh ich weiß nicht was ich machen soll hm ich brauch ne Waffe oh hier ist eine Remington ok was hey guck dir mein teammate an mein teammate war genau hinten dran das kann doch nicht wahr sein ich dachte mein teammate hat den ich wollte mich auf den anderen konzentrieren jetzt fall also jetzt fliege ich vom glauben ab warum ich immer so viel Pech hab oh da war doch einer oh ich denke mir da lockt einer in der Ecke ah ich bin tot ich bin so tot oh ok ich fuck fuck feindliche Satcomgesichte oh hä da war wir sind nochmal so Warum... der Tool hittet mich mit einer... mit einer... ey, guck mal! Der Tool hittet mich! Oh mein Gott! Ja, ne, ja klar. So würde ich es auch machen. Ey, ganz ehrlich Jungs, ich bringe nur noch MW2. Jawoll, ist schön schräg. Wow, geil! Schön im Liegen noch. Also, Dropshot. Oh, fuck! Nein, ich bin tot. Alles klar. Ja, weißt du, du findest einfach nichts, wo du dich hinlegen kannst und nachladen kannst. Es ist so erbärmlich, wie viel Pech ich immer habe. Oh, hier ist doch was. Ist hier nichts? 9 zu 6, ey. Ja. Das ist so süß. Warum sehe ich es nicht auf dem Radar? Ich hab den roten Punkt nicht auf dem Radar gesehen. Ich guck sehr oft eigentlich aufs Radar. Da ist jetzt aber einer. Hier im Gang müsste einer drin sein. Hier. Nö, ist keiner drin. So, ist er unten? Hm. Hier? Nein. Ja. Na, ja, nö. Äh, er gibt... Die haben ein Oracle? Man, ey. Es macht so keinen Spaß, das Spiel. Jungs, es tut mir so leid, dass ihr so kacke von mir seht. Ja! Würde ich auch so machen. Schön campen. Schön handy. Er hat mich... Jetzt hat er mich gesehen. Ein Orakel, ey. Ohne Witz, ich mach mir einfach mal so eine geheime Klasse und stell mich in die Ecke. So wie es sie alle machen, ey. Wo seid ihr? Oh. Das ist doch schmuck. Das wollte ich gerade hier das Essen machen. Oh. Ist klar. So. Der ist hier nicht oben, das weiß ich. Der ist hier irgendwo. Oh. Okay, 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 okay. Dreier Street, juhu. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich einfach nur Angst haben soll, dass ich sterbe. Ich werde sterben. Der ist jetzt hier rechts. Ich hab's im Gespür hier irgendwo. Oder? Nein? Ist klar. Ja, reg dich nur auf. Das Spiel macht Spaß. Das Spiel macht Spaß. Das Spiel macht Spaß. Ich töte vier Leute. Dann kommt ein Hurensohn von hinten. Oh. Das war der Song für den Montag. Wann lade ich das hoch? Ich weiß nicht. Donnerstag? Keine Ahnung. Ach ja. Super Bowl habe ich auch gesehen. War ja echt langweilig. Die haben ja alles klar gemacht sofort. Hier die Sättel da. Wie demnach sage ich, ich sage Ciao mit Out. Ciao mit Out. Tschüss mit Us bei eurem Kriegerbob. Ich lege jetzt mp2 rein und nehme da noch ein bisschen auf. Mach jetzt gut. Tschüss.